Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von Borderlands. Wir sind immer noch hier in der Tetanus Warrens und wir töten jetzt König Weewee. Okay, ich verpiss dich. Oh, der Penner. King Weewee. Vielleicht heißt er auch King Weewee. Wenn wir mal ein Frischerskeg haben, dann muss das dann noch mal. Frischerskeg, 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 Frischerskeg. Das musst du auch wirklich so schreien. Ja, aber ich kann es nicht schreien, weil mein Mitbewohner da ist. Ja und? Ich stehe da, wo Freddy stehen sollte. Dass wir reinkommen und den Skag kaufen wollen. Wo stehst du denn? Ich stehe auf dem Sniperposten. Ja und ich stehe in der Deckung. Boah, ist die Sniper-Scheiße. Pum pum. Jetzt reicht's, jetzt geht's mit Krügel hier. Oh fuck, neben mir stand einer. Oh, bin gefallen. Ich bin da hoch. Bin hier oben. Küch, lass mir den, lass mir den, lass mir den. Okay. Ich bin richtig gut ey. Wer hat mich da überhaupt... Ach, da sind doch mal welche. Ah, ihr Süßen. Da bin ich da festgelaufen? Das seid ja Cuties. Na? Komm doch mal her! Du Pisser, was versteckst du dich hinter einer perfekten Waffe? Ah, danke. Okay, danke. Oh. Oh fuck, hab versehentlich ne falsche Waffe aufgehoben. Inventory. Hier ist ne MP. Inventory. Ne MP? Was für eine? Ne gute? Weiß ich nicht, ich glaub keine Vergleichswaffe. Aber scheint nicht so schlecht zu sein. Die liegt hier direkt neben dir. Oh, hier ist was, was cool aussieht. Es sieht einfach nur cool aus, es ist vollkommen unnötig und scheiße. Da da! Hm. Ne. Was sieht hier cool aus? Nichts. Oh. Hast du die MP mitgenommen? Ne, die ist schlecht. Ah. Hallö? Hallo. Oh oh. Ich hab kein Weeby gefunden. Der hat Iridium mit. Der ist ja ein Cutie. Mensch guck mal der Iridium. Wieso ist der so klein? Wieso glaubt ihr überhaupt nicht mehr? Wie soll der? Guckt euch mal sein Gesicht an. Weil er sich explodieren lassen kann und mich festgepackt hat. Wo ist er jetzt? Ich wollte mich... Hilfe lieber! Wo bist du? Ich wollte gerade ulfen und dann bin ich gefallen. Jetzt hab ich mich hier festgepackt. Hey das? Ich bin einfach der Team Medic ab jetzt. Okay. Danke. Gar nichts? Ich glaube die Leute da weggehen. Was denn jetzt? Also. Wir kriegen die Sch... Oh. Ich... Das wird schon gereicht. Uiuiui Superboost. Du hast Iridium eingesammelt. Ja das ist ein Schild. Cool. Erstmal eine Zigarette vorbrennen. Was richtig schlecht ist. Will das jemand haben? Ja. Was willst du? Was willst du gucken? Was? Haben? Ja kannst du gucken wenn's leise ist. Okay. Moment ich skill grad nochmal schnell. Sorry ich hab mit meiner Freundin geredet. Ja hab mitgekriegt. Was hat sie denn gesagt? Äh sie will äh äh film gucken. Hab ihr gesagt wenn sie's leise macht tut's. Äh ja will jemand ein Schild haben der hat 100... Dann kriegst du ein Copyright Flag. 186 und 50 Ladegeschwindigkeit. Freddy mein Schild hat irgendwas mit 500. Eine Ahnung. Meine hat 200. Jetzt muss ich mal gucken was meine hat. Mein Schild. Äh. Der Jungbau. Äh. Meine hat 241 und 29 Ladegeschwindigkeit. Habt ihr alle so schlechte Schilde? 149? Was? 241 hat meine... Achso dann... Dann willst du dem wahrscheinlich... Dann können wir verkaufen. DG. Alter mein Schild ist... Moment. 474... 42 Ladegeschwindigkeit erzeugt so... Säure Nova wenn aufgebraucht. Äh Möglichkeit A. Wir äh töten ja so alles was da hinten ist. Möglichkeit B. Wir gehen einfach aus den Dings raus. Möglichkeit A. Oh Gott. Mord... und Totschlag ist... voll geil hier. Weiß wie auch da was ist. Weiß wie auch da was ist. Wir haben schon viele Kristalle lange fertig. Deshalb könnt ihr die wieder kaputt machen. Hier ist übrigens alles leer fällt mir gerade auf. Ja aber hier ist bestimmt irgendwo ne... Kiste. Ich hab ne Kiste gefunden. Sag ich doch. Guck mal was hier vorne ist. Ach hier geht's wieder zurück. Woah. Und instant mir geklaut. So was großes kann ich nicht einfach liegen lassen. Ich steh auf dicke Dinger. Ja dann... Leg das Ding weg. Ich geb dir ein anderes dickes Ding. Alter warte mal. Das hat mehr Umfang. Mehr Länge. Oh fuck ey. Was ist das? Oh lieb. Ich hätte übrigens einen Skilltree der auf Raketen geht. Da sollte vielleicht Kirche den wirklich geben. Ja klar kriegt der den. Der macht doch 444 Schaden. Boah. So wenig? 444? Na ja. Für unser jetziges? Ist das eigentlich ziemlich wenig. Weil meine Snap macht halb so viel Schaden. Den ersten Raketenwerper den ich in Ballen und Zweig gefunden hab. Das war irgendwie so... Der hatte 800 Schaden. Voll geil hier. Wie auf den ersten drei Leveln oder so. Da das... Da das die Kiste. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Da ist eine Meister. Vielleicht soll ich auf euch warten. Ich stehe einfach nur und warte auf euch. Also ich konnte es nicht woher ich komme. Ich denke mir was jetzt schön wäre. Klopapier. Äh. Kann ich dir geben. Oh Freddy ich hab grad gezielt. Ja ich hab ihm grad einen Kopfschuss gegeben. Ja und ich nicht mehr deswegen. Das ist nicht gut. Mist. Hab ich ihn gerade mit der Shotgun auf Entfernung gekillt? Ich hab das gleiche gemacht. Du wolltest auch drauf jumpen ne? Ja. Hat nicht geklappt. Kommen wir da hoch. Wahrscheinlich. Ich schaff das. Nicht. Ach klar dass du das nicht schaffst. Das kann man gar nicht schaffen mit der Decke. Hä wie kommt man da hoch? Ach hier. Wo sind da die Miezen? Ach da sind Miezen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dir von einem mutierten Mini-Psycho verfolgt. Ist gut. Ich hab hier einen knallharten Gift-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill-Skill. Oh ne Kiste. Ne Kitzte. Hast du das schon aufgemacht? Das verpässt Fächer hier ey. Das ist mal einfach auch nicht mit nem Schild. Ne nen Klassenmix für die Räger. Räger ist für mich. Zielgenauigkeit. Okay das nehm ich. Die ist einfach richtig gut. Nehm ich mit. Nice. Äh. Ich komm grad gar nicht mehr klar. Äh welch ist denn das? Die hier. Mit richtigem Schaden und äh. Und zum Teufel. Haaaaaaap! Wo bist du? Ähm. Komm mal kurz hin. Wir haben jetzt übrigens 50% mehr Zielgenauigkeit und mehr Schaden... 66% mehr Schaden bei Crits. Okay. Schönes Ding. Da liegt noch ne Mediam-Putter. Danke. Wollen wir hier raus gehen? Jetzt hast du die Angst vor Spider-Handling? Ja wir können gerne raus gehen. Zum Glück hab ich ein Gewehr mit drei Kugeln und, äh, ich schlau sechs Kugeln rein. Oh, knallharter brennender Spider-Antling. Oh, schön. Nee, nicht Antling. Ant. Jo, jo, stimmt. Aber es sind doch keine Ameisen, aber es sind eher Spinnen als Ameisen. Ja. Böse Spider-Antling. Böse Spider-Antling. Nein! Das war mein Mikro. Ich kretze ihn grad. Äh, du Pisser auf mich anzugreifen. Du bist doch nur so ein... Boah, ey, so viel Schaden, die da macht, musst du einen echt kleinen Penis haben. Viel zu kompensieren. Also die Autos, die wir drei fahren, da müssen wir einen echt großen Pimmel haben. Ja. Also eigentlich den größten, den es gibt. Ja, aber Kishi eigentlich nicht mehr, weil Kishi hat ja... Ja, stimmt, Kishi hat schon ein ziemlich großes Auto. Also Kishi hat schon wieder einen ziemlich kleinen. Kishi hat einen ziemlich kleinen Schwanz, ja, ja. Ich hab ruhig ein Brand-Artefakt, Kishi. Ich glaub, ich hab den größten von uns drei. Das ist für dich das ein Artefakt? Du hast doch keinen Brandfahrer? Ich bin den Opel Corsa von meiner Mom gefahren. Der hat schon angefangen zu rauchen. Aus der Hinsicht hab ich definitiv noch den größten, ja? Guck mal, was ist denn das? Guck mal, was ist denn das? Musst du es aufheben? Ich kann es nicht aufheben. Wieso? Ich bin voll. Den drück lange E. Das ist ein Artefakt. Ja, dann tausche ich das automatisch aus. Es gibt doch gar keinen Artefakt. Das ist... Du musst dein Artefakt schon alle haben. Ich hab da auch schon alle Artefakte. Brandgeschwader. Oh, ich hab Inventar-Upgrades. Hier, da liegt's. Oh, ich auch. Wo liegt's? Vor mir. Oh. Ne, eins hab ich noch ausstehen. Äh, okay. Das kann ich auch aufheben. Äh, hier, du... Nicht der kleine Pester, geht mir schon wieder so auf die Eier. Ja, mir auch. Wollen wir jetzt langsam mal rausgehen aus der Karte, wenn ich weiß wo? Okay, hier lang. Und dann rechts. Iridium-000-000-1-Brand-Artefakt. Ziemlich geil. Das erste Brand-Artefakt-Ever, Kirschi. Das erste Brand-Artefakt-Ever. Hoppala. Coole Sache. Ah, verreckt doch! Verrickt. Ihr Mistviecher. Verrickt. Fabrik. 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 Weil du Brick heißt. Fabrik. Versteht das hier noch? Er hat das erklärt. Oh Gott. Elkler! 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 Ich werde es schon sehen. Kišmi ist da sehen. Oh hier gibt es neue Schweiche-Upgrades. Wie ich was? Klang. Es klang so als würdest du ähm ein klein wenig wütend werden und dann möglicherweise auf sie einschlagen. Das wäre voll geil ja. Ich schlage keine Frauen. Schade. Ich kann die Upgrades immer noch nicht kaufen. Wieso? Du schlägst mich nicht? hier steht du kannst und Prozent das kannst du nicht verwenden du schlägst mich nicht Fragezeichen nein also offiziell schlag ich dich nicht offiziell offiziell bin ich der Mensch wieso kann ich das nicht verwenden offiziell erzählt mehr als ihre Meinung sie ist eine Frau ja ich kann die neuen Speichertek-Upgrades nicht kaufen ja dann hast du sie wahrscheinlich schon aber hier sind wir hatten die schon mal schon mal die Möglichkeit zu kaufen ja da habe ich sie gekauft okay können wir jetzt wieder zurück äh ja du hast uns ja gesagt ich hab die Reise initialisiert pass auf ach ne ich war jetzt wubbelt das ja gar nicht so hin und her die Folge kann nicht Kirschi geht übrigens gar nicht zum Händler und verkauft seine Sachen er ist immer so messy hier ich muss auch noch zum Händler und meine Sachen verkaufen ich kann mich nicht umgucken oh das ist ja ein süßer Peser der Kopf ist weg ne meine Maus ist einfach nur extrem langsam geworden okay also ich kann sie, ich kann gerade nichts machen ich hab 61 das ist beruhigt aber die Empfindigkeit ganz hoch oh ich bin nächstes Level ah du kleiner Peser hier ich auch gleich denkst du auch du hast Eier ey naja so klein wie der ist scheiße man halt ist einfach so ach mein Gott Alter ich muss meine Maus zweimal rüber ziehen mich 5mm so bewegen das ist richtig schluss voll geil hier weiß ich nicht nachdem wir geportet haben oh ich hab trotzdem jemand getötet ich krieg dich noch nächstes Level ja stimmt er auch oh Gott Alter ich hätte auch mal wieder leveln oh diese Fische sind so ekelhaft Fick dich doch mit mir Scheiß Kütz 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 oh Gott Alter so kann man nicht spielen doch das geht schon jetzt glaubst du Alter meine Freundin hat gerade richtig an einer Birne warte ich geh schon mal nach New Hell ist eine Schüssel weiß ich nicht mit Milch im Bett ja mach ich auch hin wieder oder hab ich früher gemacht jetzt ist es schon nicht mehr ja aber ich trau es ihr nicht zu dass sie das hinkriegt sie ist sowieso so ein Körper Klaus dann soll ich diese Schüssel weglegen Kischi hätte ihr gerne geholfen ne ja passt aber siehst du mein Leben wo bist du in der Becke ran ja ich bin auch gerade ein bisschen in der Lauf voll geil ja was wo äh darf ich die Quest schon abgeben ja ich bin einfach mal nicht hingelaufen weil ich das nicht machen kann Alter dieser dreckige Pisser ey kriegst du es hin? wee wee wir gucken denk schon Pisser ey und das haben wir dir für zu verdanken die Helfen ist außer Gefahr die ist eine Belohnung äh mit bestem Dank Quickscope eine neue äh Waffe eine MP mit 65 Schaden ich sehe was was du nicht siehst wie heißt die Waffe? Spy und die Schockkristallernte da kriegen wir ein Säure-Artefakt ich sehe was was du nicht siehst 51 Schaden meine hat mehr wie viel hat deine? äh 65 ausgerüstet und äh 36 Schuss Magazin 12,5 Feuerrate und äh 86 Genauigkeit deiner ist irgendwie ein bisschen geiler als meine voll geil ja voll geil ja voll geil ja voll unge? unge kenne ich aber den mag ich nicht so gerne nicht mehr? so eigentlich ja hier ist ein Raketenwerfer gerade angebot der dreimal 200 Schaden äh 300 Schaden macht in der Küche kalt das stimmt Pisser warum? weil die mich gerade wieder auf die Knie gezwungen haben oh ja Brüste Brüste brauche ich nicht mehr und die brauche ich nicht mehr das Mäuschen muss erstmal helfen kommen ja ja davon liegt noch ein Gesundheitsdingste da rum äh mehr Nahkampfschaden ja das könnte ich vielleicht auch mal machen ähm wo sind die nochmal? da sind die oh ich habe noch 6 Minuten kann ich mal kurz irgendwo hin porten um zu gucken ob es dann behoben ist das Problem war das ist ja ja ich port mal schnell nach äh wenn ich dann treffe äh nach Firestone einfach also die Flasche kommt da hinten hin also die Flasche kommt da hinten hin also die Flasche kommt da hinten hin möffst du die gerade alle auf deine Freundin? nein ich habe gar einen Sitz auf dem Bett ach so ich bin kein gemeiner Mensch nicht MLP da bin ich fast immer politisch oh Gott alter es ist extrem zu schnell ich bin nicht nur politisch korrekt aber oh Gott wupp ja wupp 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 dee 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 oh mein Gott warum ist immer das alles mit meinem Mann Alter jetzt ist es zu schnell Claptrap halt bitte einfach nur dein scheiß Maul voll ernsthaft ok aber mit zu schnell kann ich besser spielen mit zu langsam also ähm wir müssen jetzt in die Rust Kevin's das heißt wir müssen nach äh Ding sie haben noch 5 Minuten Zeit ok ich glaub mit dass wir da all zu viel schaffen wollen wir dann schon mal nach Rust Kevin's wenigstens gehen und dann da aufhören nach wo? kann man machen? oder Rust Common sicher ich hab keine Ahnung Rust Commons glaub ich Rust Kevin same oh mein Gott wupp 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 ich glaub das war ich glaub das kam vorher nicht weil wir vorher nicht die Portstation benutzt haben wir wurden hier immer nur wiederbelebt und ich glaub da war's obwohl ist das da auch ja das ist beim Widerbleben auch so übrigens Leute die Kevin heißen haben richtig einen an der äh haben richtig die Arschkarte gezogen Kevin ist doch kein Name das ist ein Zustand ja wirklich so Alter wie das jeder so sieht wie jeder das so sieht aber Kevin das ist doch kein Mensch ja fuck ihr seid übrigens ein bisschen tot beide ja ja möchtest du weinen? ne ich war's nur mal feststellen ich hab wahrscheinlich mehr Schild als du Leben hast ja und? ne und? was willst du mir sagen? die Folge kenn ich schon hast du wirklich? 445 hab ich dein Ernst? ich hab mehr Schild als du Leben ich hab weniger Schild weiß ich nicht warte du hast mehr Schild als ich äh ich hab mehr Schild als ich beide zusammen äh 445 Leben 445 Leben? ach so hast du ja noch so gesehen ein feueriger Klassmord für Sirene 24% Entzündungsschaden 3% Funken Skill 2% Phönix 2 Geaver ein Schild mit 366 ein Schild mit 366 ein Schild mit 366 ein Schild mit 366 3% soll ich nicht nachsagen so lange bis Kirschi das auch mal mitgekriegt hat ja ich hab schon mitgekriegt Schild mit irgendwas 366 ja Pistolen 318 das wäre eigentlich gar nicht schlecht mehr Pistolen ja Trouble ja dann nehmen wir mal Schild angucken was hier ist ähm ausvertauft das heißt ich jetzt mal die anderen Schild anguckt aber die sind halt nicht so gut ich dachte ich mir schon ich glaub Rust Cummins West ist so das nächste große Gebiet weil hier haben wir tausende Stationen und andere Gebiete ok ich muss mal kurz gucken ob mein Klassenmord so gut ist ich weiß gar nicht mehr welchen ich habe äh 32 Elektroschaden 2 Strahlungs Skill 3 Murder Skill 2 Skill Entschlossenheit holy shit wie schnell sich mein Schild auflädt holy shit ja bis 483 Schild übrigens hier steht guck mal ein Vogel wuiiii wieso macht er Säureschaden was zum Teufel das ist er ist nicht der hellste er ist nicht der hellste ja holy shit merkt man nur zum Glück komm schon Bloodwain komm schon Mädchen Bloodwain do things pump gleich irgendwo gegen und dann fällt es einfach nur rein Gott dann ist der Vogel so dumm ok wir haben jetzt nur 3 Minuten etwa oh das sind 2 Minuten wollen wir jetzt noch kurz das Haus da stürmen und dann auch den Part beenden jo ah nicht mal so kleine Steine kann ich drüber springen alter mach ich zum Klo oh du bist gesundheitsregeneration nee braucht keiner Medikator aus mir seit dem Maul was bist du denn teure Kleber guck mal was hier hinten ist wie sieht böse aus hier gehts übrigens noch Trouble oh dann auch dem Schild hier wir können ja mal das Schild alle zusammen angucken ich kann's doch hier vorlesen falls ihr kein Englisch könnt nee ich kann eigentlich überhaupt kein Stück Englisch da steht Trouble Trouble heißt Trouble gg da geht's zum Waffenladen und da gibt's noch mehr Waffen hier steht noch mehr Waffen wollen wir mal zum Waffenladen gehen schnell noch äh in anderthalb Minuten das ist ziemlich weit weg Freddy ja weißt du was ich zu sage Ulti wie warum sagen wir eigentlich Ulti aus League of Legends obwohl ich eins bin in League of Legends spielt und weil ich das einfach ich hab's ich hab's es kommt von mir wir parodieren damit das äh League of Legends Spiel bin da was hat das mit parodieren zu tun äh wir verarschen wir spielen drauf an Triput was tollsing nur Tribut das ist nicht verarschen das ist einfach wenn Ultimative Fähigkeit ist dass nicht wirklich nur so shhh hier sind auch ne Spider-Ringer ich hab Futter Rack klingt da so super aus Ja, ich hab's gesehen. Aua, was hat mich da gerade attackiert? Futter, ne normaler Rack. Ihr kleinen Pissers. Haha, ich hab gesprengt. Meine Waffe einfach gar nicht... Warte, ist das mit der Verräterin oder mit der... Alter, die respawn die ganze Zeit hier, ey. Jetzt hast du... Ah, das ist mit der Verräterin, okay. Okay, wir haben's in eine halbe Minute, das heißt, äh... Oh, du weißt das noch nicht? Äh, ich wollt sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und schau. Meinst du? Wir sind so nah an dem Waffenstand dran. Ja, aber jetzt ist der Part vorbei, eigentlich. In anderthalb Minuten. In einer halben Minute war das gerade und ich hab den Timer zurückgesetzt, also... Gehen wir noch zu dieser New Life Station, und beenden ihn dann hier. Ja, genau. Kann man machen. So, jetzt erstmal haut rein und schau. Haut rein, tschüss. Ja.